Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des neuen Online-Events der Commerzbank at your site, zu dem wir Sie sehr herzlich begrüßen. Schön, dass Sie dabei sind. Welches Investitionsklima erwarten Experten und Mittelständler für das Jahr 2015? Was sind die wirtschaftlichen Megatrends heute und morgen? Darüber möchten wir mit Ihnen sprechen, live und natürlich mit unseren Experten. Und dazu begrüße ich sehr herzlich Markus Bäumer. Er ist Mitglied des Vorstandes der Commerzbank und somit auch zuständig für die Mittelstandsbank. Und Dr. Ralf Solveen, er ist Volkswirt, der stellvertretende Chef, Volkswirt der Commerzbank. Herzlich willkommen. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Ein bewegtes Jahr liegt hinter uns. In mehr als 40 Veranstaltungen, viele von Ihnen waren dabei, der Unternehmerperspektiven, haben wir wirklich aufschlussreiche Diskussionsergebnisse sammeln können. Daraus haben wir ein zentrales Fundament für unser heutiges Thema zusammengefunden, nämlich der Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung 2015. Zunächst aber ein kleiner Blick in das Herzstück der Unternehmerperspektiven, nämlich die Veranstaltungen. Unternehmerperspektiven, Volume 14. Mehr als 6000 begeisterte Gäste, 18 große und über 20 kleine Veranstaltungen in Deutschland. Eine internationale in der Schweiz. Das Herzstück der Initiative, die bundesweiten Mittelstandsevents. Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik diskutierten die zentralen Ergebnisse der Studie. Thema dieses Jahr, Vorsicht versus Vision. Investitionsstrategien im Mittelstand. Zum zweiten Mal eine eigene Studie für die Schweiz. Die Unternehmerperspektiven lockten über 150 interessierte Gäste an den Zürichsee. Die meist diskutierte Frage auf den Podien, wie sieht es aus, das Patentrezept für erfolgreiche Investitionen? Gibt es das überhaupt? Ein Jahr voll spannender Diskussionen und lehrreicher Tipps aus der Unternehmenspraxis. Von Investitionstreibern über Megatrends bis hin zu Finanzierungsfragen. Die Unternehmerperspektiven. Das Netzwerk für den Mittelstand. Herr Bollmer, Sie haben ja selbst bei vielen Unternehmerperspektiven-Veranstaltungen mitgewirkt, mitdiskutiert. Was sind denn so Ihre persönlichen Highlights des ablaufenden Jahres? Also insgesamt gab es natürlich ganz tolle Diskussionen auf den Podien, sehr lebhafte Diskussionen. Ich kann mich noch sehr gut an eine Podiumsdiskussion in München erinnern, wo einer der Podiumsteilnehmer einmal seine Kamelwaschanlage vorstellte, auf der anderen Seite aber auch durchaus sehr polarisierende Äußerungen und Sichtweisen auch zu uns als Banken gehabt hat. Das war sehr lebhaft und glaube ich auch sehr unterhaltsam für alle Gäste. Aber es gab auch sehr viele tolle Botschaften, die für den Mittelstand da waren. Und daher machen wir das ja auch. Ian Karan, ehemaliger Senator in Hamburg, der dort wirklich ein großes Plädoyer für den Mittelstand abgegeben hat. Und das hat mich dann schon sehr beeindruckt. Aber wir haben auch viele tolle innovative Podiumsteilnehmer gehabt, die große innovative Überlegungen und Investitionen vorangetrieben haben. Das ist ja das Besondere an den Unternehmerperspektiven, eine Veranstaltung für den Mittelstand und keine Bankveranstaltung für den Mittelstand, sondern das sind Themen, die den Mittelstand betrifft. Ist Ihnen etwas besonders in Erinnerung geblieben? Ja, mir ist schon besonders in Erinnerung geblieben, dass es eine Rubrik gibt, die mich schon auch sehr überrascht hatte damals bei den Ergebnissen der Studie, die der Unternehmer 4000 uns ja wiedergegeben haben, dass wir als Bank auch Motivator sein sollen für, ich sag mal, Investitionen und dergleichen. Diese Rolle hatte ich uns eigentlich gar nicht so unmittelbar zugeordnet, aber es zeigte so ein Stück, dass hier das Mutmachen für Investitionen auch die Banken eine ganz entscheidende Rolle spielen. Das, was die Unternehmerperspektiven so wertvoll machen, ist ja das Kundenfeedback für Sie, aber auch natürlich für den Mittelstand, weil man da ein sehr gutes Bild bekommt. Klaus-Dietrich zum Beispiel aus München fordert mehr Unterstützung bei Investitionsprojekten. Man muss die Mittelständler mit ihren Sorgen abholen und sie unterstützen. Die Bank muss hier viel stärker als Lösungspartner auftreten. Das ist ja das, was Sie gerade schon ein bisschen angesprochen haben. Was lernt man daraus für zukünftige Investitionsprojekte? Gut, was hier die Stellungnahme hat, geht ja noch ein bisschen darüber hinaus. Da geht es ja auch darum, dass wir den Kunden wirklich verstehen müssen. Es kann natürlich nicht sein, dass wir selber Unternehmer sind, aber wir müssen schon unternehmerisch denken und die Logik des Unternehmens und deren Investitionsstrategien verstehen. Das ist erstmal die Ausgangsvoraussetzung. Und dann geht es dann auch um Mutmachen, für wie viel Kredit ist der Kunde gut. Und ich glaube, das ist auch etwas, was den Unternehmer häufig in eine andere Möglichkeit bringt, Investitionen auch anzugehen. Wenn wir auch als finanzierendes Unternehmen dann den Unternehmer Mut machen. Herr Dr. Solveen, wenn man Unternehmer bei den Perspektivenveranstaltungen fragt, wie sehen Sie denn das Investitionsverhalten, dann sehen die das immer sehr, sehr positiv. Aber die Zahlen sprechen oft eine andere Sprache. Wie war denn das Investitionsverhalten 2014 de facto? Also wenn man das Jahr 2014 sich anschaut, muss man das eindeutig in zwei Hälften teilen. In der ersten Hälfte sind die Investitionen eigentlich eher gestiegen. Da hat sich die positive Entwicklung, die wir schon 2013 hatten, eher fortgesetzt. Und in Mitte des Jahres ist es dann etwas abgebrochen. Das mag etwas zu tun haben mit der Russland-Krise, mit der ganzen Diskussion darum. Dass die Unternehmen gemerkt haben, dass die Nachfrage insgesamt aus den Emerging Markts nicht mehr so gut sind. Vielleicht auch der stärkere Euro. Aber auf jeden Fall, danach sind sie eher wieder gefallen. Zahlen etwas. Aber wenn man sich auch das Niveau mal anschaut, stellt man eben fest, die sind bei Weitem noch nicht wieder auf dem Niveau, wo wir vor der Finanzkrise waren. Das ist vielleicht, der Vergleich ist auch etwas ungerecht, weil wir da auch einen wirklichen Investitionsboom haben. Aber als Feststellung, bei einer Größe, die eigentlich normal ist, eigentlich eher im Tent immer steigt, ist das schon beachtlich. Bei den Unternehmerperspektiven werden die wichtigsten Mittelstandsthemen behandelt. Was haben Sie denn in Bezug auf den Mittelstand für die Zukunft erfahren? Also im Grunde gibt es ein paar Themen, die sind nach wie vor wie in der Vergangenheit ein Top-Thema. Internationalisierung bleibt ein ganz wesentlicher Aspekt für den Mittelstand. Einfach nicht nur Produkte ins Ausland zu exportieren, sondern auch mit Anfang Vertriebseinheiten und dann auch mit Produktionseinheiten ins Ausland gehen. Das bleibt das Top-Thema. Im Grunde sind zwei richtig große Teile dazugekommen. Einmal das Thema Energie. Und zwar jetzt nicht die Wende alleine, die ja häufig die Energieunternehmen mehr betrifft, sondern hier tatsächlich wirklich die Energieeffizienz. Also die Unternehmer beschäftigen sich aufgrund der Energiekosten sehr stark mit den energieeffizienten Produktionsmöglichkeiten. Und der weitere neue Teil ist deutlich starker als früher Digitalisierung. Internationalisierung ist ebenfalls ein ganz wichtiges Thema. Auch da haben wir ein Beispiel von Dr. Holger Vödesch, das Vorstand der Dr. Vödesch Umweltmesstechnik AG. Auslandsmärkte erfordern individuelle Geschäftsstrategien. Deshalb arbeiten wir eng mit unseren chinesischen Wettbewerbern zusammen. Welche Rolle spielt da die Commerzbank? Ja, wir sind der Mittler in diesem Spiel. Einmal um das Leben der Kunden leichter zu machen in dieser Internationalisierung, wo es häufig um Joint Ventures oder um Partnerunternehmen geht. Und hier heißt es in einem, man kann auch in den jeweiligen Auslandseinheiten mit entsprechenden deutschsprachigen, beziehungsweise auch in Deutschland mit chinesischsprachigen Kollegen bei uns arbeiten. Das ist sehr wichtig. Aber auf der anderen Seite ist es auch sehr leicht zu machen, wie man Finanzierung einfach in Deutschland ordnen kann und per Abzweiglinie einfach Richtung Shanghai oder wo auch immer hin ordnet. Und das ist etwas, was das Grundprinzip ist. Wenn es schon so komplex wird für die Unternehmer, macht möglichst das Leben leichter. Die Commerzbank ist ein deutsches Unternehmen, international aufgestellt. Wie läuft das Auslandsgeschäft, vor allen Dingen in den BRICS-Staaten? Stichwort Brasilien für die Mittelstandsbank. Also im Kern wachsen wir natürlich im Ausland deutlich stärker als im Inland, weil viele Investitionen natürlich auch ins Ausland wandern. Und davon profitieren wir natürlich auch, indem wir die Kunden ins Ausland begleiten. Richtig ist aber auch, die Märkte haben sich auch deutlich verändert. Und aus den sogenannten BRICS-Staaten sind nicht mehr ganz so viele übrig geblieben, die heute noch hochdynamisches Wachstum aufweisen. Das heißt, China immer noch gut, aber nicht mehr auf dem Niveau, wie man das von früher kannte. Ich sage mal über das Thema Russland, was das Thema politische Problematik dort angeht, braucht man gar nicht weiter momentan noch näher darauf einzugehen. Brasilien sicher auch nicht mehr so dynamisch, aber ein ganz wichtiger zusätzlicher Absatzmarkt für die Kunden. Deswegen eröffnen wir auch dort, so hoffen wir, im ersten, zweiten Quartal dann die Filiale dort. Herr Dr. Solveen, wie sehen denn die Volkswirtschaftler, die für uns so wichtigen Entwicklungen in den USA, aber auch in den BRICS-Staaten? Also bei den BRICS-Staaten, Herr Bäumer sagt es ja schon, die haben etwas an Glanz verloren. Weil man merkt eben, dass eben teilweise die Entwicklung in diesen Ländern eben auch eben getrieben war von diesem Rohstoffboom, den wir lange Zeit hatten. Brasilien, Russland haben von der Seite natürlich deutlich einen Rückenwind bekommen. Und der Rückenwind hat eben merklich nachgelassen. In Russland kommen natürlich dann auch spezielle Sachen wie die Sanktionen dazu. Also da ist sicherlich, im Augenblick hat es da die Entwicklung noch deutlich an Dynamik verloren. Indien, China, also gerade China ist natürlich auch da, zeigen die Zahlen eher so, also zum Beispiel von der Dynamik her eher einen Tick nach unten. Weil man eben auch da merkt, da ist eben viel passiert in den letzten Jahren. Und auch die eine oder andere Übertreibung ist da passiert. Darum glauben wir, ja, diese Märkte werden weiter wachsen. Die werden auch schneller wachsen als die Industrieländer. Aber wir sollten etwas Abschied nehmen von der Idee, dass das weiter so geht, wie wir es immer so in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren hatten, wo man immer dachte, oh, die Emerging Markets, das sind doch die Länder, die um acht Prozent wachsen. Nein, das werden wir erst mal nicht mehr haben. Am besten, also relativ gesehen, sieht es im Augenblick in den USA aus. Auch da hatten wir viel Übertreibung. Wir erinnern uns an den Immobilienboom, an die starke Verstehung der privaten Haushalte. Das ist inzwischen korrigiert. Und darum läuft diese Wirtschaft eben sehr gut im Augenblick. Und wir denken, dass das auch noch einige Zeit so sein wird. Herr Böhmer, drehen wir mal die Schraube eine Stelle zurück in einem sehr wichtigen Markt, nämlich dem europäischen Markt. Wie sind da die Zukunftsperspektiven 2015 auch für die Commerzbank? Ja, also wir setzen nach wie vor stark auf den europäischen Markt. Man darf eben auch nicht vergessen, wie hoch der Exportanteil auch innerhalb Europas erst mal ist. Also von daher für viele Mittelständler ist Europa nach wie vor ein ganz wichtiger Markt. Für uns jetzt mal als Commerzbank eben auch, weil wir in Schweiz jetzt auch mit Filialen wirklich angreifen, einen lokalen Markt Schweiz dort aufbauen, weil er ähnlich mittelständisch, dort nennt man das KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen, dort aufgebaut ist. Und da wollen wir natürlich auch ganz gezielt angreifen. Also daher ist unser Ansatz, die Commerzbank im Herzen Europas so zu positionieren, dass wir eben auch alle Kunden dort begleiten, wie auch die lokalen Märkte dort für uns erringen. Viele europäische Länder, vor allen Dingen südeuropäische Länder, waren stark belastet in den letzten Jahren. Und deswegen, Herr Dr. Solveen, und Sie ganz konkret die Frage, wie wird sich denn die Konjunktur in Europa 2015 entwickeln? Also wenn wir uns die reine Konjunktur angucken, wird es wahrscheinlich eher etwas besser laufen. Ja, wir haben ein paar Argumente dafür. Wir haben den deutlich schwächeren Euro, der natürlich einmal den Exporten bei der preislichen Wettbewerbsfähigkeit hilft, aber auch die Gewinnmargen einfach im Exportgeschäft verbessern, was sich dann eben auch bei Investitionen niederschlagen sollte. Und dann haben wir natürlich jüngst noch den deutlichen Rückgang des Ölpreises, der doch ein kleines Konjunkturprogramm gerade eben für den privaten Verbrauch ist. Allerdings im Euro müssen wir auch sehen, Sie erwähnen schon die südeuropäischen Länder, da haben wir eigentlich ein paar ganz positive Entwicklungen, weil da, auch hier gab es Übertreibungen und die sind mehr oder weniger abgebaut. Aber wir sehen eben jetzt bei anderen Ländern, dass solche Übertreibungen jetzt stattgefunden haben und die werden dann noch einige Zeit drauf rumkauen. Darum glauben wir schon, also es wird etwas besser werden, aber es wird sich in vielen Ländern weiterhin eher nicht so gut anfühlen. In den Unternehmerperspektiven, Herr Böhm, haben wir sogenannte Megatrends ausgemacht, also zehn besonders für den Mittelstand wichtige Themen, auch in verschiedenen Schattierungen. Ganz oben auf der Agenda, auch für die Commerzbank oder die Banken, steht die Digitalisierung. Und da darf ich eine Frage des Unternehmers Dr. Ralf Dittmann mal deutlich machen. Ohne Digitalisierung läuft nichts. Analoge und digitale Welt müssen verknüpft werden. Es gibt hier kein Oder, sondern nur ein Und. Ist Digitalisierung ein wirklich ernstzunehmender Investitionstreiber? Ich denke schon. Ich glaube auch, dass schon viel gemacht wurde. Also wenn wir über Digitalisierung reden und ich denke mal an den Maschinenbau, ist das Thema Maschine und Softwarevernetzung, ich sage mal schon gang und gäbe uns, eigentlich das Qualitätsmerkmal. Also wir reden nicht davon, dass wir von vorne anfangen, aber ich glaube, die Zeit wird noch schneller voranschreiten, dass das Thema Digitalisierung bedeutender für auch andere Branchen wird. Das kann auch die Geschäftsmodelle komplett ändern. Also das ist immer abhängig von den jeweiligen Sektoren und Branchen, in denen man sich bewegt. Und deswegen ist das schon ein großes Thema. Gehe aber offen zu, für viele sind solche Aussagen wie Digitalisierung, Industrie 4.0 nur so Schlagworte, die noch nicht wirklich unmittelbar umsetzungsrelevant wirken. Können Sie das ein bisschen erläutern, vielleicht auch ein Beispiel? Ja, um es mal konkret zu machen, durch die Vernetzung, in Maschinen wird das Servicing künftig so erfolgen, dass nicht etwas, wenn es kaputt ist, jemand gerufen wird, sondern eigentlich erst dann oder schon dann, wenn die Signale auf den Chips sozusagen modellieren, per WLAN übertragen, da ist das Teil Y kaputt. Diese Herausforderungen sind zwar auch nichts anderes, was viele Kunden heute machen, aber in der Komplettierung bis ins Detail runter, solche Vernetzungen sicherzustellen, sind schon eine große Herausforderung für viele Unternehmen. Was heißt, dass vielfach sehr ingenieurgetriebene Tätigkeiten auf einmal mehr zu einer IT-getriebene Geschäftsmodell werden kann, heißt auch ganz klar vor dem Hintergrund, wie ist mein Mitarbeiterstab, habe ich dort mehr Techniker, habe ich dort mehr IT- und Software-Spezialisten? Wir sind die vor allen Dingen ausgebildet. Herr Dr. Solveen, im Vorfeld haben wir Unternehmer nach ihrem Investitionsvolumenverhalten für 2015 gefragt. Was kam dabei raus und wie bewerten Sie das als Ökonom? Also wir gehen schon, es zeigt sich eben, dass doch die mehrdeutliche Mehrzahl der Unternehmen eben sagt, dass sie nächstes Jahr mehr investieren wollen. Nur ein kleiner Teil hat eben angegeben, dass sie es eher zurückfahren wollen. Also das deutet eigentlich schon auch darauf hin, was ich eben sage, dass die von der konjunkturellen Seite es eigentlich die Zeichen ganz gut stehen. Offensichtlich kommen die Impulse, die es eben Augenblick für die Konjunktur gibt, eben auch bei den Investitionen an, was eben auch dafür spricht, dass wir für nächstes Jahr zumindest von der konjunkturellen Seite etwas mehr sehen werden. Offensichtlich eben Fragen, die die ganze Zeit darüber gesprochen wurde, wie weit beeinflusst zum Beispiel ein führendes Mindestlohn ist das Investitionsverhalten? Bis jetzt scheint es sich noch nicht niederzuschlagen. Wollen wir sehen, ob sich das nächstes Jahr dann eben ändert. Das wird sich dann herausstellen, wenn die Unternehmer die ersten Erfahrungswerte gesammelt haben. An dieser Stelle wollen wir noch mal einen ganz kurzen Blick auf die Schweiz werfen. Sie hatten vorhin gesagt, Sie sind sehr aktiv dort und es gibt dort auch zum zweiten Mal eine eigene Studie der Unternehmerperspektiven. Da wurden 236 Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz befragt. Und da gibt es interessante Erkenntnisse. Denn die Schweizer Unternehmen sind im Gegensatz zu ihren deutschen Mittelstandskollegen voll auf Wachstumskurs und investieren deutlich stärker und aggressiver als der deutsche Mittelstand. Wie können Sie sich das erklären, diese deutliche Schweizer Wachstumsorientierung? Also wir fanden das erstmal überraschend, weil wir haben ja auch die Studienunternehmen immer nach Regionen genommen, also Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, eben natürlich auch Hamburg und Norddeutschland. Diese Dinge zeigten keine Auffälligkeiten. Also die Regionen hatten bei dieser Befragung nahezu identisch abgeschlossen. Und das ist in der Schweiz komplett anders gewesen. Da hatten die ich ehrlicherweise am Anfang gar nicht mit gerechnet. Da kann man am Ende nur Thesen orientiert rangehen. So war es auch in den Podien, die wir dann in Zürich dort hatten. Meine These ist, dass die Schweizer noch mehr Auslandsgeschäft haben. Das liegt an einem relativ kleinen Land und damit müssen die Mittelständler und der Spahn. Also müssen sie mehr exportieren und mehr auslandsgetrieben sein. Auf der anderen Seite zeigt sich auch vielleicht, ist meine These, dass eine starke Währung wie den Franken noch mehr Innovationskraft und Investitionen braucht, um einfach gegen eine starke Währung anzuarbeiten, um nach wie vor konkurrenzfähig durch gute und innovative Produkte zu sein. Das ist vielleicht in Deutschland auch aufgrund der Währungsthematik eher Schwächungen des Euros vielleicht nicht mehr so der Fall, sondern da ist sicherlich auch eine Wahrnehmung, es reicht auch das heutige Investitionsverhalten, um gut im Exportgeschäft wachsen zu können. Herr Dr. Solveen, viele Unternehmen haben immer noch ihren Hauptmarkt hier in Deutschland und sind natürlich sehr daran interessiert, mal zu erfahren, wie sieht denn die Konjunkturentwicklung aus Sicht der Commerzbankökonomen für 2015 in Deutschland aus? Also im Endeffekt gelten da natürlich die gleichen Faktoren oder viele von den Faktoren, die wir auch für den Euroraum haben. Der schwächere Euro hilft natürlich auch den deutschen Unternehmen im Auslandsgeschäft, aber auch auf dem Inlandsmarkt, weil natürlich eben ausländische Konkurrenten dadurch also von außerhalb des Euroraums weniger wettbewerbsfähig werden und der Ölpreis hilft natürlich auch uns. Wir gehen auch sogar davon aus, dass Deutschland eher sich weiter besser entwickeln wird als der Durchschnitt des Euroraums, weil eben diese Übertreibungen, die wir in anderen Ländern gehabt haben, also einen starken Anstieg der Verschuldung, ein Verlust an preislicher Wettbewerbsfähigkeit, einen Boom auf dem Immobilienmarkt, der jetzt vorbei ist, den hat es bei uns bis jetzt nicht gegeben. Also darum gibt es bei uns auch keine Korrektur, die eben die Konjunktur bremsen würde. Darum bei uns eher etwas besser als der Euroraum, wobei wenn man das versucht, in Größenordnungen zu setzen, also eine Eins wird wohl vor dem Komma stehen, aber so fürchterlich viel wird beim Wachstum nicht mehr dahinter hinter dem Komma stehen, also ein bisschen mehr als ein Prozent. Viel Einfluss wird nicht mehr der Deutschen Bundesbank, sondern der Europäischen Zentralbank zugewiesen. Welchen Einfluss haben deren Entscheidungen wirklich, also wenn Sie das mal von außen betrachten, und was erwarten Sie hier? Also wir gehen davon aus, dass die EZB, da deuten eigentlich im Augenblick alle Signale hin, dass sie ihren sehr expansiven Kurs fortsetzen werden, sogar eher ihn noch erweitern werden. Also wir gehen davon aus, dass sie Anfang des Jahres auch verkünden werden, dass sie jetzt auch in großem Umfang Staatsanleihen kaufen werden, weil sie wollen ja ihre Bilanz deutlich verlängern. Also sprich, da ist ja der unglaubliche Betrag von einer Billion Euro im Gespräch. Und wenn man sich das anschaut, das kann man nur über den Kauf von Staatsanleihen schaffen, wenn man es denn schaffen will. Was wird das bedeuten? Also ich denke, der größte Effekt werden wir sehen von dieser Seite eben auf die Wechselkurs. Das ist sicherlich einer der Faktoren für uns, der dafür spricht, dass der Euro deutlich an Wert verlieren wird, insbesondere gegenüber dem Dollar, weil hier eben die amerikanischen Notenbanks sich genau in die andere Richtung bewegt. Da erwarten wir für den Abmitte dieses Jahres deutliche Zinsanhebungen, aber auch gegenüber den meisten anderen Währungen. Sie sagen deutliche Zinsanhebungen auf diesem Niveau, auf dem wir uns überhaupt mit befinden. Ja, natürlich. Auch die Federal Reserve, also die US-Notenbank, startet von 0,25 Prozent. Also auch da werden wir so schnell keine Hochzinsphase bekommen. Das ist sicherlich richtig. Aber es geht eben um das Relative. Also die amerikanische Notenbank strafft eher die Zügel von einem sehr lockeren Niveau auskommend. Und die EZB gibt eben eher noch mehr Gas. Und bei diesen divergierenden Politik ist es eigentlich klar, was mit dem Wechselkurs passiert. Er kann eigentlich nur noch weiter fallen. Und das wird auch der Haupteffekt zumindest erst einmal sein. Langfristig ergeben sich aus einer so expansiven Geldpolitik natürlich Risiken. Ja, da ist sehr viel Geld im Umlauf. Und ich glaube eigentlich weiterhin, dass das, was eigentlich in der Vergangenheit gelt, auch in der Zukunft weiterhin gelten wird, irgendwann wird dieses höhere Geld dann auch in einer höheren Inflation sich niederschlagen. Da denken wir nicht an 1923 oder Ähnliches, aber eben auf jeden Fall höhere Raten, auch signifikant höhere Raten, als wir sie im Augenblick haben. Herr Bäumer, die Commerzbank war gerade in den Schlagzeilen mit Guthaben, Gebühren, um das mal sehr nett auszudrücken. Die Presse sprach eher von Strafzinsen. Haben Sie dieses Echo erwartet? Ja, schon. Ich glaube, es gebührt auch ein bisschen die Ehrlichkeit. Weil Herr Solveen hatte ja gerade, glaube ich, ziemlich klargestellt, es ist hier gar nicht so sehr um das Verhalten der Banken, sondern ein Ergebnis der EZB-Strategie gibt. Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass noch vorgestern der Bund mit einem negativen Zins über vier Jahre rausgegangen ist. Also das muss man sich überlegen. Sie zahlen heute drauf, wenn Sie eine Bundesanleihe über vier Jahre kaufen. Und demgemäß ist das nichts anderes als ein Reflex der EZB-Politik. Was wichtig ist, ist, wir werden keine Gebühren für Privatkunden und breiten Mittelstand nehmen. Wer ist denn betroffen? Sondern es sind die betroffen, das sind die institutionellen und Großkonzerne, auch mal große Familienunternehmen, die exorbitantes Wachstum im Einlagengeschäft gezeigt haben. Also daher wird auch die Gebühr nicht für irgendwelche gesamten Einlagen berechnet, sondern bei denen ganz wenigen Kunden geht um ein Prozent unserer Kunden, nur um da mal so eine Dimension klar zu machen, die einfach durch Verkäufe oder durch Nicht-Investitionen, weil sie das Cash bei uns halten, exorbitantes Wachstum im Einlagenbereich hatten. Um mal so ein Beispiel zu geben, innerhalb von vier Wochen sind einfach auf einmal vier Milliarden zugeflossen. Und da ist es einfach nur noch ein Kostenfaktor, weil wir dieses bei der EZB mit 0,20 negativ anlegen und wir können diese Einlagen auch nicht verwenden, weil keine Kreditnachfrage da ist. Da sieht man, wie das atmende Röhren sind, eine sehr geringe Investitions- und Kreditnachfrage auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein dynamisch wachsendes Einlagengeschäft. Das ist auf Dauer einfach nicht tragfähig. Also wenn ein Prozent der Kunden davon betroffen sind, dann ist das verschwindend gering. Das ist ja wahrscheinlich große Summen, aber der Mittelständler ist trotzdem vielleicht motiviert, ein bisschen mehr zu tun und sein Investitionsverhalten zu ändern. Wie ist Ihre Einschätzung für 2015? Also ich selber glaube nicht, dass die EZB-Strategie dazu führt, dass der deutsche Mittelstand mehr investiert. Dafür war der Zins vorher schon niedrig genug, da braucht es keines negativen Zinses. Ich denke, dass die Motivlage eines Unternehmers sich von den Finanzierungskosten zwar abhängig machen lässt, aber nicht in diesem Ausmaß. Daher denke ich, nicht, dass hier dieses Thema Wachstumsimpuls durch Niedrigzinsphase verpufft, sondern es geht hier allein darum, dass sich die Investition für den Unternehmer rechnen muss und wenn er dann günstige Zinsen hat, ist das schön, aber es ist eine Nebenbedingung und keine Hauptbedingung. Der Sinn dieser Sendung ist nicht nur, dass wir uns austauschen und entsprechende Botschaften weitergeben, sondern wir wollen Fragen beantworten. Fragen, die Sie, liebe Zuschauer, bitte jetzt stellen. Unsere Experten sind gerne bereit, sie hier live zu beantworten und wie gesagt, wir werden diese Fragen an die Experten weitergeben. So, da haben wir auch schon die erste, Herr Dr. Solveen. Bei den Unternehmerperspektiven und Veranstaltungen haben wir feststellen müssen, dass der Mittelständler, zumindest aus dem deutschsprachigen Raum, mit dem Freihandelsabkommen mit den USA nicht so sehr viel anfangen kann. Wie wichtig ist das und muss man das nicht unbedingt wissen? Also man sollte es schon wissen, sagen wir mal, es ist, wenn Sie einen Volkswirten fragen, wer wird Ihnen immer sagen, Freihandel ist gut. Ja, es fördert das Wachstum, weil es eben die Spezialitäten der einzelnen Länder eben besser zur Geltung eben bringen kann. Inwieweit uns jetzt dieses Freihandelsankommen mit den USA nach vorne bringt, da sind zwei Effekte. Auf der einen Seite wird durch ein solches Freihandelsabkommen natürlich eine riesige Freihandelszone geschaffen. Da wird häufig so als großes Argument genannt, das ist dann die größte Freihandelszone, die es gibt. Allerdings auf der anderen Seite sind auch jetzt schon zwei große Blöcke, also sprich, diese Spezialisierung jetzt schon nicht mehr so richtig hat. Wichtig wird wahrscheinlich als irgendwelche Senkung von weiteren Tarifen, also Zöllen, wo es die sowieso schon nicht mehr fürchterlich groß sind, sind eben Harmonisierung. Dass es für die Unternehmen eben einfacher wird, dass ich eben nicht extra für die USA ein anderes Produkt entwickeln muss als für Deutschland. Und darum glaube ich schon, dass da nochmal ein großer Impuls von der Seite auch kommen kann. Allerdings sollte man natürlich auch nicht die kurzfristigen Erwartungen da überfrachten. Man hat immer das Gefühl, die wird abgeschlossen und sofort haben wir 100.000, 200.000 mehr Arbeitsplätze. Das ist natürlich Unsinn, das ist etwas, was sehr langfristig wirkt und wo man wahrscheinlich hinterher Schwierigkeiten haben wird, wirklich genau zu zeigen, wie es so ist. Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass es einen positiven Einfluss haben wird. Die nächste Frage geht an Sie, Herr Bäumer. Die schwarze Null, viel besprochen, von Herrn Schäuble ja auch entsprechend postuliert, bedeutet, der Staat wird keine neuen Schulden machen, aber das Investitionsverhalten des Staates wird auch nicht unbedingt positiv wachsen, also in größeren Breiten wachsen. Gleichzeitig schreibt der Teilnehmer, drängen internationale Institutionen wie der EWF die Bundesregierung zu mehr Investitionen. Steht die Schuldenbremse einem langfristigen Wachstum im Weg? Ich glaube nicht zwangsläufig. Also wenn man mal ehrlich ist, wenn man den Anteil des Staates von den Gesamtinvestitionen in Deutschland sieht, ist er nicht so groß, wie er jetzt heute zur Zeit gemacht wird. Der wesentliche Teil der Investitionen fällt auf die Privatwirtschaft. Und es ist natürlich das, was wir eben schon mal angesprochen haben, die Investitionsquote, und das ist jetzt nur eine Sachbeschreibung, ist aber die vielen Jahre eher rückläufig gewesen. Und wenn wir über Leistungsbilanzüberschüsse und Defizite reden, und das ist ja häufig der Ausgangspunkt dieser Diskussion, dann liegt der weniger am Konsum, sondern liegt viel, viel stärker an der Investition, weil die Wertschöpfung aus Auslandsprodukten deutlich höher ist. Und das heißt, am Ende wird diese ganze Diskussion nicht so sehr sich nur darin münden, ob der Staat investiert, ja oder nein, sondern in der Summe wird schon der Teil der privatwirtschaftlichen Investitionen eine deutlich größere Rolle spielen. Richtig ist allerdings auch, dass manchmal eine staatliche Investition eine Zündung auch von privaten Investitionen beinhalten kann, aber die Einschätzung der Mittelständler ist da einheitlich zu der Wahrnehmung, die wir auch in Deutschland haben, das Thema Überschuldung von Staaten und beziehungsweise auch hier ausgeglichene Haushalte muss ein Grundprinzip sein von solidem Haushalt und sondern für unsere Liederpolitik. Herr Dr. Solveen, wie sieht die Commerzbank die Zinsentwicklung für mittelfristige Investitionen im Bereich fünf bis zehn Jahre? Ja, im kommenden Jahr, wir denken, bei den längeren Zinsen wird es eigentlich im Endeffekt zwei Effekte geben. Wir hatten es eben schon mal erwähnt, als es um die EZB und um den Wechselkurs ging. Wir haben einmal eben die EZB, die unserer Meinung nach eben Anfang nächsten Jahres anfangen wird, Staatsanleihen zu kaufen, was natürlich tendenziell die Zinsen eher noch weiter drücken wird, auch wenn man sich eigentlich, wenn man sich das aktuelle Niveau anguckt, eigentlich schon gar nicht mehr vorstellen kann. Auf der anderen Seite werden wir eben in den USA eben eine Wende in der Geldpolitik haben und wir denken, die wird auch stärker ausfallen, dass es der Markt im Augenblick erwartet. Das ist, wird zumindest in den USA die Zinsen steigen lassen, aber wir wissen alle, dass wenn in den USA die Zinsen steigen, zumindest das ein Impuls auch für unsere Zinsen ist. Dann haben wir die große Frage, die beiden Impulse, wie wirken die gegeneinander? Wir denken am Anfang des Jahres, wenn dieser Verschluss der EZB kommt, könnte es sogar noch mal etwas runtergehen. Danach wird wahrscheinlich aber dieser US-Impuls stärker sein, sodass in der Tendenz es eher etwas hochgehen wird, aber wenn da am Ende dann bei zehnjährigen Bundesanleihen zum Beispiel eine Eins vom Komma steht, dann wäre das wahrscheinlich schon viel und das ist ja immer noch nicht so ein richtiges Hochzinsumfeld. Davon kann man wirklich nicht reden. Dann wollen wir die nächste Frage kommen von Jürgen Franz Kelber. Inwieweit beeinflussen alternative Finanzierungsangebote im Speziellen das Thema Crowdfunding zum Beispiel über Seedmatch, die Investitionsstrategien in 2015? Also Crowdfunding ist noch ein kleines Pflänzchen und bezieht sich heute noch sehr viel stärker auf Geschäftskunden und kleinere Institute, auch weil die Volumensgrenzen dort sehr begrenzt sind. Ich denke, dass Crowdfunding ein sehr gutes Instrument sich auch entwickeln kann. Da gibt es auch viele innovative Fintechs, wie man sie so nennt, also Finanzinstitute, die sich dort im Venture-Capital-Bereich auch mit neuen Innovationen bieten können. Das kann ein Modell werden. Man muss halt auch nur wissen, dass derjenige, der das Geld gibt als Anleger sozusagen in solch ein Konstrukt, auch über die Risiken aufgeklärt ist. Und alle Erfahrungen der Vergangenheit haben eben gezeigt, dass da meist das Problem hängt und nicht so sehr in der Finanzierung der jeweiligen Unternehmen. Deswegen muss man hier tunlichst auch eine sehr seriöse Struktur und eine hohe Transparenz der Investoren in dieses Crowdfunding sehr, sehr stark achten. Da muss man auch aus der Vergangenheit gut lernen. Aber eine Mischung von Finanzierungsstrukturen, seien sie kapitalmarktnah, seien es Leasing-Konstrukte, seien es solche Effekte, werden wir auch in den Bankenbereichen aktiv anbieten, weil es macht einfach keinen Sinn, sich hier irgendwelchen kleineren Produktspektren nicht zu öffnen, sondern wir wollen ja hier eine Lösungsorientierung anbieten. Wie gefährlich sind die Krisen in Osteuropa und die Schuldenländer in Südeuropa für kommende Investitionen? Und wie wirken sich die EU-Sanktionen gegen Russland 2015 aus? Da wurden Sie beide angesprochen, aber ich beginne mal mit Hans Solveen. Die Sanktionen gegen Russland, dass das für die Konjunktur in Deutschland nicht gut ist, ist offensichtlich. Weil es natürlich, vor der Krise, Russland ungefähr machte drei Prozent der deutschen Exporte aus. Das hört sich jetzt nicht so viel an, aber wenn die eben deutlich fallen, merkt man es natürlich schon. Allerdings, bei all der Bewertung der Zahlen, die wir zuletzt auch da gekriegt haben, zum Beispiel gab es die Meldung im August, werden die Exporte nach Russland um 20 Prozent gegenüber Vorjahr gefallen. Da hat man gesagt, oh, das war viel. Dabei vergessen wurde, dass im Juli und im Juni, die auch schon um 18 Prozent gefallen war. Mit anderen Worten, im Endeffekt hat sich ein, der Abwärtstrend war vorher schon da, wegen des schwächeren Ölpreises und in Europa als Russland eben einfach schon nicht mehr so gut lief. Also darum glaube ich, dass im Endeffekt das natürlich für einzelne Unternehmen natürlich ein starker Einschnitt ist, wenn man sich die Gesamtwirtschaft anguckt, ist wahrscheinlich aber nicht das Entscheidende sein. Krisen in Südeuropa, die EZB durch ihr Eingreifen, dass sie gesagt haben, zur Not kaufen wir alle Staatsanleihen auf, was im Sommer 2012 passiert ist, haben sie ja die Staatsschuldenkrise eigentlich wieder eingedämmt. Es gibt immer ein Risiko, was noch bleibt, nämlich etwas, wo die EZB nichts mehr tun kann, nämlich in dem Moment, wenn irgendein Land sagt, wir wollen nicht mehr, wir gehen einfach raus aus dem Euro, dann kann die EZB nichts mehr tun und das könnte sicherlich natürlich die Krise wieder aufleben lassen. Wir haben nächstes Jahr wahrscheinlich ein Griechenland, mal gucken, wie die Präsidentenwahlen ausgehen, wir haben in Spanien, wir haben in Portugal Wahlen, wo teilweise Parteien antreten, die nicht unbedingt sagen, wir wollen raus, aber die sehr starke Forderungen stellen werden. Das ist ein Risiko, was da ist. Ich glaube nicht, dass am Ende irgendeiner austreten wird, aber wir sollten dieses Risiko zumindest im Auge behalten. Aus Ihrer Erkenntnis im Gespräch mit den Unternehmern? Also ich sage mal, Russland muss man tatsächlich zweigestattet sehen. Häufig argumentieren wir mit dem Sanktionsteil. Eigentlich der konjunkturelle Teil in Russland spielt heute für die Rückgänge der Exporte nach Russland eine viel, viel größere Rolle. Da ist natürlich jetzt der Ölpreis erst mal gerade noch mal ein zündelnder Teil, weil natürlich Russland sehr Commodity getrieben ist und demgemäß da sehr hohe Einbußen in ihren Exporten dort hat. Das heißt, ich sehe momentan eine Rezession, eine deutliche Rezessionstendenz in Russland und diese Effekte werden eben nicht mehr nur die betreffen, die exportieren, sondern es werden auch die Unternehmen betreffen, die bereits in Russland produzieren. Die waren bisher weitestgehend geschont worden, aber wenn eine Konjunktur abgibt, dann sind natürlich auch die Unternehmen betroffen, die schon in den jeweiligen Ländern Produktionseinheiten haben. Ich teile das aber, es ist in der Summe nicht das Thema. Es gibt ganz wenige Kunden, die nur monokulturell auf diese Märkte ausgerichtet sind, aber alle haben eher, und das ist vielleicht viel größer und höher zu gewichten, eher so einen Planungs- und so einen kulturellen Teil, den sie als kritisch ansehen, die sie auch auf andere Märkte nehmen. Und sagen, oh, man muss aber aufpassen, wie sich solche Dinge auch in anderen Regionen entwickeln. Und so, dass es dadurch eine gewisse Zurückhaltung gibt, jetzt gerade Investitionen umzusetzen. Herr Bömer, ich finde, eine interessante Frage ist hier gerade gekommen. Es geht nochmal um Guthabengebühren oder Strafzinsen. Hier steht, wird dieser Strafzins nicht dazu führen, dass das Einlagegeschäft ins Ausland abwandert, also nicht wirklich investiert wird, sondern einfach das verschoben wird? Ja, es ist immer die Frage, über welches Ausland wir sprechen. Also es gibt natürlich auch, es mag ja Länder geben, die auf der Liquiditätsseite noch nicht so üppig ausgestattet sind, wie wir das in Deutschland haben. Wenn ich aber jetzt mal vom europäischen Bereich rede, weil sonst hat man ja Währungsrisiken, die man eingeht. Also wenn man außerhalb des Euroraums Geld anlegt, muss man halt auch wissen, dass da Währungsrisiken entstehen. Was nicht falsch sein muss, man muss sich nur darüber im Klaren sein. Dann ist es natürlich schon so, dass vielleicht wir noch nicht ein komplettes, einheitliches Bild in Europa haben. Aber ich denke, dass die Tendenz überall hingeht, weil, wenn wir gestern mal wieder gesehen haben, wie die großen Investitionen, die die EZB in die Märkte treiben wollte, also sprich die sogenannten TATOs, das waren vierjährige Papiere, die sind mal gerade mit 130 Milliarden angefragt worden von den Banken und es war mal irgendwie um die 400 eigentlich vorgesehen. Man sieht, also Liquidität scheint in allen Märkten hoch zu sein, sodass man nicht damit rechnen muss, dass man überall deutlich höhere Zinsen oder gar auch Nullzinsen bekäme, sondern das haben wir in einer eher europäischen Dimension. Der Euroraum wird international abgehängt, heißt es, oft allen voran von Asien. Doch der ständige Vergleich mit internationalen Volkswirtschaften, ist das eigentlich relevant? Ja, ist das relevant? Das ist die Frage, in welcher Hinsicht. Wenn ich mal sage, geht es uns hier besser, geht es uns hier schlechter, dann spielt natürlich auch das Niveauargument eine Rolle. Natürlich haben wir heute im Euroraum immer noch ein wesentlich höheres Pro-Kopf-Einkommen als in den Emerging Markets. Also sprich, ist es deshalb für uns schlimm, wenn jetzt bei denen das Einkommen in den Emerging Markets, das Einkommen stärker wächst als bei uns? Nein. Ja, das ist eine ganz normale Entwicklung, die es eben gibt. Wenn es natürlich darum geht, wo kommen jetzt Investitionen? Wo wird investiert? Wo entstehen vielleicht deshalb auch neue Arbeitsplätze? Dann ist das natürlich schon ein relevantes Thema. Wir werden es sicherlich nie schaffen oder andersrum, die Emerging Markets werden tendenziell allein schon aus der demografischen Entwicklung und weil es eben diesen Aufholeffekt gibt, immer stärker wachsen als wir. Daran werden wir nichts ändern, wollen wir vielleicht auch gar nichts ändern. Allerdings bleibt dann eben nur die Wahl, dass wir sagen, dass es wenigstens bei uns so gut läuft, wie es kann. Und dafür muss sicherlich auch von der Politikseite noch einiges passieren. Herr Marmer, gleiche Frage etwas abgewandelt an Sie, denn Sie sind ja auch in Asien unterwegs und ich weiß, Sie waren jetzt auch gerade wieder auf Besuch dort. Viele deutsche Unternehmen sagen, wir können da gar nicht abschätzen, was in Asien, sprich in China passiert. Die versuchen einen eigenen Mittelstand aufzubauen, andere Strukturen in ihre Unternehmen zu bringen. Was bringt die Zukunft da für uns? Also ich bin, was das Thema, ich sage mal Kontinuität, auch jetzt mal konkret China angeht, noch eher positiv. Man darf auch eine Sache nicht außer Acht lassen, dass ein prozentuales Wachstum mal von der Perspektive 6, 7 Prozent, mal statistische Glaubwürdigkeit Glaubwürdigkeit hin oder her von einer Grundbasis, die China heute erreicht hat, deutlich mehr ist als 10 Prozent noch vor vielen Jahren. Also das wird immer vielfach vergessen. Die Strukturen selber sind für viele Unternehmer eher planbar und kontinuierlich umsetzbar, als wir das in vielen anderen Emerging Markets haben. Also Stichwort ist mal Indien, eine vergleichbare Möglichkeit, die man in diesem Land heben könnte, aber da sind deutlich höhere bürokratische Höhe und auch Abschottungsstrategien als das, was die Kunden heute in China erfahren. Richtig ist allerdings auch, dass Partnerships, Joint Venture Strukturen häufig erforderlich sind, um den Markt zu erringen, weil der Absatzmarkt ja heute relevanter ist als günstige Produktion. Aber umgekehrt, dass es natürlich dann auch eine Abhängigkeit gibt, an die sich gerade die familiengeführten Unternehmer auch erst gewöhnen müssen, dass sie eben in einer Partnerschaft, auch in einem Joint Venture auch sich wohlfühlen und das braucht auch seine Zeit. Also diese Märkte sind nicht kurzfristig zu erringen. So ähnlich wie wir das bei vielen anderen eben diskutiert haben, braucht man da ein langfristiges Durchhaltevermögen. Die nächste Frage geht an Sie, Herr Dr. Solveen. Investitionen. 40 Prozent der Befragten Ihrer Studie sehen unsichere gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen als ein Planungsrisiko. Welche Gefahren drohen bei einem weiterhin schwachen Investitionsklima? Das ist natürlich, wir werden immer nur ein wirklich ein starkes Wirtschaftswachstum, werden Sie immer nur über Investitionen, über auch einen kräftigen Aufschwung der Investitionen kriegen. Ein Konjunkturzyklus, der nur über, also ohne Investitionen läuft, wird sich nicht lange halten, weil dann eben diese selbstverstärkenden Kräfte auch über neue Arbeitsplätze und deshalb zusätzlichen Konsum nicht passieren. Langfristig ist es auch klar, wenn in einem Land nicht mehr deutlich weniger investiert wird, werden Sie auch an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, weil Sie einfach von der Produktivität einfach nicht mehr mithalten können. Also sprich, es sind zwei Punkte, einmal eben die konjunkturelle Wirkung, aber eben auch die langfristige, auf das langfristige Wachstum, das sollte man hier immer fein säuberlich auseinanderhalten. Aber mir stehen nicht manchen Investitionsentscheidungen politische Hemmnisse entgegen, zum Beispiel schnell wechselnde Rechtslage, zunehmende Regulierungen oder ähnliches. Ja, sicher. Also ich sage mal, das ist immer das Hauptrisiko, das betrifft ja nicht nur die ausländischen Märkte, wenn man nach Inland schaut, wenn man über das Thema Energie spricht, auch Banken, die natürlich in der Regulierung auch immer sich weiterentwickeln und nicht alles planbar ist, sind natürlich davon betroffen, in den ausländischen Märkten ist die Volatilität dort auch sehr groß. Also ich kann mich noch gut erinnern, ich das letzte Mal in der Runde mit Unternehmen in Brasilien war, da waren schon auch viele gesagt, mein Gott, das ist so bürokratisch geworden. Die haben also genau das Gegenteil von dem getan, um Investitionen anzulocken und kommen da schon in eine Sphäre rein, die auch investitionshemmend sein kann. Und die ist auch tatsächlich recht unterschiedlich und volatil. Und da muss man immer mit rechnen und muss sich auch ein Stück wappnen im Rahmen der Planung der Investition, dass man eben auch mal ein Stressszenario durchspielt, wenn eben diese Annahmen und die Planungen nicht aufgehen und was dann passiert. Und das gehört eben mit dazu. Und die Geschwindigkeit der Eröffnung von solchen Prozessen ist natürlich sehr stark von den bürokratischen und rechtlichen Strukturen dort abhängig. Also da muss man sich mit jedem Land, mit den unterschiedlichen Kulturen wirklich auseinandersetzen. Da ist Brasilien vollkommen anders als Indien, vollkommen anders als China. Herr Dr. Solveen, Sie haben das Thema Euro-Dollar-Entwicklung schon mal kurz angerissen. Vorhin aber noch mal konkret die Frage, wie wird sich der Euro zum Dollar im Jahr 2015 entwickeln? Wie eben gesagt, wir glauben eben, dass durch diese unterschiedliche Geldpolitik diesseits und jenseits des Atlantiks eben der Euro abwerten wird gegenüber dem Dollar, wie eben gegenüber den meisten anderen Währungen auch. Wir haben jetzt für Ende des Jahres, Ende 2015, in unsere Prognose um eine 1,15 hineingeschrieben. Also wir würden auch nicht sagen, dass er jetzt wie ein Stein fällt, weil natürlich vieles von den Erwartungen, dass die EZB zum Beispiel anfängt, Staatsanleihen zu kaufen, natürlich schon in den Kursen drin ist. Aber wenn eben tatsächlich eben dieses zusätzliche Geld, also die zusätzlichen Euros auf den Markt kommen, das ist dann ein bisschen wie am Obstmarkt, wenn es mehr Äpfel und gleich viel Birnen gibt, dann werden Äpfel eben billiger. So ähnlich kann man sich das, so einfach es sich anhört, auch am Devisenmarkt vorstellen. Diesen Effekt werden wir haben, darum Ende des Jahres so etwa 1,15. Also der Urlaub in den USA wird ein bisschen teurer werden. Ja, das sicherlich, ja. Herr Bremer, wie wird sich die Risikoeinschätzung von Unternehmen durch Banken gegebenenfalls ändern, um hier höhere Investitionsmotivationen für Mittelständler zu bieten? Und inwieweit stehen hier die strafferen Bankenauflagen dem entgegen? Ja, also ich bin da nicht jemand, der jetzt sagt, das hat alles unmittelbare Auswirkungen. Man kann immer schnell sagen, jede Regulierung wird auch auf der Realwirtschaft ausschreien. Das ist nicht der Fall, sondern ein wesentlicher Teil der Regulierung macht auch durchaus Sinn, um die Banken wirklich sauber in die Zukunft zu stabilisieren. Aber es gibt ein paar Themen, die noch nicht wirklich, ich sage mal, in den Regulierungen gerade auf der spezifischen Struktur in Deutschland, der ja mittelständisch geprägt ist und mehr von Kredit abhängig ist, als das vielleicht in vielen anderen Märkten ist, dass man da überall sauber an alles gedacht hat. Also das Thema langfristige Investitionen und da meine ich jetzt bitte über zehn Jahre, damit das auch nochmal konkret, der wird für Banken extrem anstrengend werden, weil das regulatorisch durch Liquiditätssteuerungsauflagen einfach gehemmter wird. Das heißt, es ist nicht so sehr, ob man das möchte, sondern ob man noch darf. Und da gibt es natürlich schon mal in einzelnen Produktbereichen im Zweifelsfall Auswirkungen, die man vielleicht durch weitere Produktbündel oder durch Einbeziehungen von Förderbanken, die diese Dinge dort refinanzierungsmäßig leichter hinkriegen, als Lösungen den Kunden offerieren. Aber ein paar Änderungen wird es geben und viele Meldepflichten. Also das wird schon etwas sein, was viele Kunden, die mal Absicherung im Währungsbereich, Absicherung im Zinsbereich machen wollen, da wird ab gewissem Niveau die Meldepflicht einfach sehr groß werden. Da muss man halt große statistische Aufschreibungen weiterreichen. Das können wir teilweise bei helfen, aber eben nicht bei allem. Die Commerzbank ist in vielen Ländern präsent. Warum ausgerechnet Brasilien 2015? Das ist ganz einfach erklärbar. Wir haben alleine in Sao Paulo, wo wir unsere Filiale öffnen wollen, alleine 1000 mittelständische Kunden. Also es ist die größte Stadt in Europa mit den meisten Kunden. Also von daher ist dieses eine relativ leichte Entscheidung und da wissen wir natürlich aus den Gesprächen, die wir vor Ort geführt haben, ich war ja selber dort und habe Unternehmer getroffen, dass man auf der Seite dankbar ist, wenn auch eine wirklich mittelständisch geprägte und Firmenkundenbank in dem Land ist und auch dort die Kunden unterstützt. Natürlich gibt es große brasilianische Banken wie die Itau und die Badesco, die sind teilweise viel, viel größer als die europäischen Banken, aber die sind eben nicht so mittelständisch geprägt und haben natürlich auch konjunkturell vielleicht nicht mehr die Kreditbereitschaft, die sie lokal den Unternehmen zur Verfügung stellen. Und die Handelsbeziehungen nach Südamerika sind ja traditionell sehr groß. Brasilien alleine ist der fünftgrößte Markt, also das mag man gar nicht glauben. Also es ist ein ganz, ganz relevanter Markt, er ist nicht so visibel vielleicht jetzt wie China oder wie die europäischen Nachbarländer, aber Brasilien ist ein sehr, sehr großer Markt, wo eben auch hin exportiert, aber eben auch lokal produziert wird. Dr. Solveen, welche Auslandsmärkte werden 2015 für den Mittelständler spannend? Wo lohnt es sich zu investieren? Schwige Frage. Ja, es ist schwierig natürlich, besonders weil es natürlich umso weiter entfernt ist, wahrscheinlich dann auch mal schwieriger ist. Also wie ich eben schon mal sagte, also das Land in dem oder die Konjunktur, wo es eigentlich relativ gesehen im Augenblick am besten läuft, ist eindeutig die USA. Ja, das ist einfach, wir haben im Augenblick weltweit immer das Problem, wir haben eine sehr lange Phase einer expansiven Geldpolitik gehabt, darum haben wir in vielen Ländern dieses Problem, weil ich immer wieder angesprochen habe, Übertreibungen, die jetzt korrigiert werden müssen und die jetzt darum die Konjunktur bremsen. Die USA ist ja eigentlich eine der wenigen rühmlichen Ausnahmen, wo die praktisch durch diese Sache durch sind und darum glauben wir, dass es dort eben nächstes Jahr sehr gut laufen wird und wahrscheinlich auch darauf das Jahr noch sehr ordentlich laufen wird. Euro-Raum ist eben eher schwächer, wobei auch da gibt es Unterschiede. Wir haben eben gerade die Länder, die wir immer so immer noch als Sorgenkinder im Hinterkopf haben, ja Spanien, Portugal, Griechenland, Irland, ja die sind, die haben, da ist eben schon viel passiert, die sind dieser Korrektur schon sehr weit durch. Gerade Spanien bin ich weiterhin eigentlich eher optimistisch, dass da zumindest von der Bewegung her, die kommen natürlich von einem sehr niedrigen Niveau aus, die Arbeitslosenquote ist immer noch sehr hoch, aber von der konjunkturellen Dynamik her dürfte Spanien innerhalb des Euro-Raums sicherlich weit vorne liegen. Auch Ihre Einschätzung? Durchaus, wobei ich natürlich auch sage, die Zinskonstellation und die Rahmenbedingungen, die wir uns bewegen, müssen wir halt auch aufpassen, dass wir nicht auf Dauer in so ein Japan-Szenario reinrutschen und da weiß jeder, wie lange das gedauert hat, da wieder rauszukommen und realistischerweise muss man schon sehen, boomender amerikanischer Markt, ich sag mal weiter wachsende asiatische Märkte, die Bedeutung von Europa nimmt mit den Wachstumszahlen der letzten und jetzt auch mal in der Zukunft deutlich ab. Also daher sind wir nicht mehr im Mittelpunkt der Welt, das muss man einfach auch mal so ganz klar so sehen und daher werden uns die Asiaten Stück für Stück natürlich auch das Leben nicht gerade leichter machen. Also Wachsamkeit ist oberstes Geburt. Herzlichen Dank, verehrte Zuschauer, für Ihre Fragen und für die lebhafte Diskussion und eine letzte Frage an Sie, Herr Bäumer, wie entwickelt sich die Mittelstandsbank 2015? Also wir bleiben natürlich auch da optimistisch, weil wir sind ja nichts anderes als das Spiegelbild der deutschen Konjunktur und von daher, da wir einen positiven Blick auf den Mittelstand haben, habe ich natürlich auch einen positiven Blick auf die Mittelstandsbank, die ich verantworte, um es einfach zu sagen, wir wollen weiter mit Kreditvolumen wachsen. Vieles ist natürlich auch Verdrängung. Wir wollen uns natürlich auch gegen die Konkurrenz da behaupten. Auf der anderen Seite versuchen wir natürlich auch hier mit Qualität und mit guten Leuten den Kunden zur Seite zu stehen. Meine Herren, ich bedanke mich sehr herzlich für diese anregende, sehr informative Diskussion und vor allen Dingen für Ihre Antworten. Ich hoffe, meine Damen und Herren, wir konnten Ihnen Mut machen, zielführende Impulse geben für Ihre strategischen Investitionen für das Jahr 2015 und natürlich darüber hinaus. Alle Fragen, die wir während dieser Sendung nicht berücksichtigen konnten, die werden wir Ihnen im Nachgang beantworten. Da können Sie hundertprozentig sicher sein. Die Aufzeichnung dieser Sendung steht im Laufe der kommenden Woche im Netz für Sie bereit unter www.adyoursight.tv. Das werden wir gleich, glaube ich, auch nochmal einblenden. Ich lade Sie herzlich ein, die Diskussion auch weiterzuführen mit uns, mit anderen Unternehmen in Deutschland und natürlich in der Schweiz, in der Unternehmerperspektiven-Gruppe bei Xing und natürlich im Blog der Commerzbank. Und die ausführlichen Studienergebnisse, die finden Sie auf der Webseite www.unternehmerperspektiven.de. Nochmals ein herzliches Dankeschön für Ihr großes Interesse, ein herzliches Dankeschön, dass Sie mitgemacht haben und wir alle wünschen Ihnen, Ihrer Familie, Ihren Mitarbeitern ein frohes Weihnachtsfest und natürlich ein wirklich tolles Jahr 2015. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.